Hallo meine Lieben, es ist endlich wieder so weit, es ist Zera Time und heute drehe ich, ich weiß es noch nicht, ich habe jetzt gedacht, ich schalte einfach mal meine Kamera an und flocke ein wenig, ich bin ganz alleine zu Hause, ich war jetzt gerade einkaufen, das muss ich jetzt einräumen und mir was zum Frühstücken machen, hier steht noch Domi sein Koffer, weil er ja weg war, das ist gerade beim Arbeiten, ich fahre nachher zu ihm und wir haben euch da noch ein bisschen was zu erzählen und keine Ahnung was, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, yeah, das ist glaube ich der planloseste Vlog, das planloseste Video, was ich ever gedreht habe, aber es wird cool, das sage ich euch, egal was passiert. Als allererstes mache ich hier jetzt mein Lieblingsfrühstück gerade und zwar mache ich mir jetzt ein Spiegelei, dann habe ich mir hier eine Avocado und eine Tomate aufgeschnitten und dann habe ich hier ein Semmel im Backofen und da kommt dann gleich alles drauf, Frischkäse, Avocado, Tomate und mein Ei. Dann bin ich so satt, das sättigt so und ist so gesund, Leute. So und es ist gerade eben der Postbote gekommen und hat mir noch ein Paketchen gebracht. Das sind ganz, ganz viele Sportklamotten drinne, die werde ich euch nachher vielleicht auch noch gleich zeigen, richtig geil. Ja und dann muss ich nachher noch die Post hier wegbringen, hier ist noch mein altes H&M Paket, da wo die ganzen Bikinis drinne waren und ich habe mich jetzt für ein paar entschieden und danke nochmal für eure ganzen Tipps. Es sind aber trotzdem viel zu viele, wo ich behalten habe, aber danke. So, guten Appetit. Kennt ihr das? Ihr verlasst das Haus und habt einfach alles vergessen, was ihr eigentlich mitnehmen wolltet. Ich habe die Pakete vergessen, das H&M Paket habe ich vergessen, das wollte ich zurückgeben und ich habe meine Briefe vergessen, die ich noch zur Post bringen wollte und und und. Und naja, hauptsache ich habe jetzt ein Auto, ich habe noch was vom Tag, ich will das Wetter genießen und ich fahre jetzt zum Domi in die Arbeit, ich hoffe, dass er dann auch gleich Feierabend hat und wir noch ein bisschen was unternehmen können. Also ich melde mich gleich, wenn ich dort bin. Das ist übrigens gerade mein Lieblingssong. Ich verlinke den euch unten in die Infobox, ich kann es leider nicht länger abspielen lassen und so, geh mal. Ja, mein Schatz ist da. Hallo, hallo. Und weg ist er. Guck, ich habe mir jetzt schon hier auf die Beifahrerseite gesessen, ja, damit ihr erfahren kann. Und er sagt, hallo und weg ist er. Nein, Spaß, da geht es jetzt kurz um, sie hat schon Feierabend. Und dann chillen wir noch ein bisschen in München. Die Brille ist übrigens von H&M. Und der Schmuck vom DM von meinen letzten Hauls. Falls ihr die nicht gesehen habt, müsst ihr die natürlich nur anschauen, gell? So, jetzt stehe ich hier vor einer Einfahrt und auf dem Fußgängerweg und hoffe, dass hier kein Mensch reinfahren will. So, da ist mein Schatzi-Pupsi-Bärchen. Der ist schon wieder aggro, weil er sagt, dass alle anderen Autofahrer nicht Autofahren können, außer er natürlich. Das ist der Profi, das muss ich euch schon sagen. Naja, wir haben uns jetzt entschlossen, Deko einzukaufen, dass unsere Wohnung endlich fertig wird, damit wir euch endlich einen aktuellen Wohnungsvlog zeigen können. Wir wollen den nämlich erst machen, wenn alles perfekt ist. Ja, so und jetzt kaufen wir Deko. Wir wissen zwar noch nicht was, oder lieb, oder keine Ahnung. Schatz, du sollst einfach ruhig bleiben. Die können ja nicht kein Auto fahren. Kann man seinen Führerschein im Lotto gewinnen oder so? Wahnsinn, ehrlich. So, wir sind jetzt im Laden angekommen und wir sind jetzt gerade mal hier am Eingang, ja okay. Und hier ist schon voll schöne Sachen für den Garten, weil Domi will so eine künstliche Heckenkugel. Die ist geil. Ja, ich hab was gefunden, dass du das nebenher hast. Oh, hast du wieder was anderes gefunden? Okay, und was? Oh ja. Oh ja, das ist schön. Das hier? Ja, aber nee, das ist helle. Was ist das helle? Ach, da oben, ich seh nichts. Leute, das ist so krass, die Sonne. Wir fangen oben an. Okay, let's go, jetzt hat mein Video doch ein bisschen in Sinn, okay. Go ab, go ab, go ab. Schatz, ich bin überfordert. Gut. Let's go shopping. Oh. Was für ein Spaß, oder? Sag mal. So, da ist das helle, was Domi gemeint hat. Ich glaube, das passt perfekt in unseren Garten. Und bitte, ich will diesen haben. Ach, das ist doch chillig, ey. Wenn der bloß auf meinen Balkon passen wird. Und schaut mal, ey, wie teuer. Und dieser Spiegel ist auch so toll. Der würde vielleicht ins Wohnzimmer passen. Und die sehen auch schön aus. Die werden was für unseren Esszimmertisch. Süß. Hey, die haben ja so tolle Sachen. Ich glaube, das wird ein Großeinkauf. Spontaner Großeinkauf. Ananas. Die ist fast ein bisschen zu groß, gell? Ay, 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 kuckoo, champo. Ay, ay, ay. Du bist fast so ein Apfel. Schaut mal, was hier überall für süße Deko ist. Da gibt es Piepmetze. Da kann man sich dumm und duslig kaufen. So lauter, klein gruscht. Paradies für Frauen. Und für Männer. Hallo. Kann man das kaufen? Kann man das kaufen? Stuh, schlafe. Schatz, komm da jetzt raus. So, unser Auto ist voll. Und jetzt können wir die Wohnung wieder dekorieren. So viel haben wir gar nicht gekauft. Ich glaube, sechs Teile und haben 300 Euro ausgegeben. Ciao, Gast. Wiedersehen. Wiedersehen. Essenszeit. Und Vorkommen. Ja, ein Blitzel. Das hat Doppel-Drei und geliebt. Yummy. Wir haben richtig cool eingekauft. Ja, zeig's mal. Ich glaube, ihr habt das gesehen, oder? Sie hat jetzt schon so ein bisschen die ganzen Sachen hingestellt. Ich zeig euch das Ganze mal. Diese Pflanze haben wir neu. Was haben wir noch neu? Diesen Pelikan haben wir neu. Ich finde den cool. Der ist so bronze-gold. Hat was. Dieses... Was ist das? Kerzenständer? Die Frau weiß schon, was sie macht. Und jetzt kommen wir ins Bad. Weil da hat Madame... ... sich in diese Ananas verliebt. Die ist einfach so riesig, ihr Jungs und Mädels. Sie ist einfach größer wie mein Kopf. Schau's mal her. Riesending. Echt cool. Ja. Ich bin zufrieden. Hat sie gut ausgesucht. Auf jeden Fall. Aber jetzt wird erst mal gegessen. Ja. Ja. Jetzt hast du mich enttarnt, damit ich fertig Kartoffeln drei mache. Aber der ist zu aufwendig, ihr Service-Morgen. Egal. Muss auch mal sein. Dafür haben wir Gemüse. Ja. Guten Appetit. Sieht so lecker aus. Und es schmeckt bestimmt auch nicht lecker. So, wir gehen jetzt schlafen. Ja. Und wir haben nämlich ein Big-Problem, weil unsere Serie ist gestern wieder zu Ende. Ende gewesen. Was haben wir angeschaut? Wie hat die heißen? Mit Zuhausefrauen. Desperate House. Nein. Ich weiß nicht, wie es heißt. Devious Mates. Devious Mates, genau. Und jetzt müssen wir eine neue Serie gucken. Das ist immer das Schlimmste. Was wollen wir angucken? Schreibt mal in den Kommentaren, was wir angeschauen sollen. Aber ganz gut. Aber so richtig geile Serien. Wir haben Kriterien. Ich habe schon einiges gesehen. Ja. Prison Break. Breaking Bad. Sons of Anarchy. Die... Devious Mates. Game of Thrones. Devious Mates. Wir haben ein Ding angeschaut. Wie heißt die eine mit den ganzen anderen Mädels? Das sind immer so meine Serien, die ich aussuche. Wer hat die halt geheißen? Ja. Die ist eine... Wo... Ah. Wer ist Ah? Ja, ich sieh nochmal. Wer ist Ah? Keine Ahnung. Ihr wisst, wer ist Ah. Die Serie kennt ihr. Die haben wir auf jeden Fall angeschaut. Ja. Egal. Auf jeden Fall schreibt nochmal gute Serien rein. Und dann wollten wir sagen, dass ja bald unser Justin Bieber, unsere Justin Bieber-Verlosung, das Meet & Greet B4L, bald zu Ende ist. Oh yes. Alle Kommentare liegen bei uns schon im Spam-Ordner. Und es sind jetzt, glaube ich, auf dem Video ganz kurz, es sind auf dem Video jetzt, glaube ich, 25.000 oder 26.000 Kommentare und im Spam-Ordner liegen 150.000 Kommentare. Yes. Ganz kurz, man muss dazu sagen, weil mir haben jetzt auch schon ein paar geschrieben, dass sie ihre Kommentare nicht sehen. Wir sehen die Kommentare. Und alle werden berücksichtigt. Wir berücksichtigen alle Kommentare. Wir gehen jetzt schlafen. Ich hoffe, euch hat dieser planlose Vlog irgendwie gefallen. Dann zeigt uns das irgendwie mit einem Daumen nach oben. Oder zwei Daumen nach oben. Oder drei. Ich will nur einen Busi geben. Nein. Och nein. Ich will nur einen Busi geben.